Herzlich Willkommen bei Pudouts! Wir spielen Yoshis Woolly World! Ich bin Hotdog-Yoshi und ich bin Nico. Du bist Hotdog... Achso, stimmt, stimmt, ja. Ich bin nach wie vor immer noch der Kuh-Yoshi mit der pinken Nase. Und ich bin Anja. Flauschvogelfugschule, zwei Spiele. Oh Gott, Flauschvogel. Ohne... Ohne... Nein! So, ohne Trigger-Stecker-Spiel. Verrückter Typ. Es tut uns so leid, Leute, dass es so lange gedauert hat, jetzt mit der neuen Folge. Aber wir entwickeln ja auch nebenbei ein Videospiel. Das heißt Tuna Fulltime Galaxy of Fur. Und da sind wir halt ziemlich busy gewesen. Busy. Deshalb so lange keine Folge. Aber dafür gibt es denn da bald eine Webseite und alles. Weil wer unsere Facebook-Seite liked, der kriegt das bestimmt mit. Oh Gott. Kann ich Ihnen jetzt mit sein? Bam! Oh, guck mal, die machen Wolken. Ah, siehst du das? Ha, geil. Oh mein Gott, so viele Küken. Dann haben die hier oben doch bestimmt auch ganz viel versteckt. Ah, es wird sich... Oh! Ist das niedlich? Es ist so flaschig. Warte, ich hau dir mal in die Luft. Und dann? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, schau mal. Siehst du das? Ey, was ist denn das für ein krasses... Oh! Zeugs. Ich glaub's nicht. Das macht mich ja fertig. Komm, 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 komm. Na, kommen Sie her. Ah, mehr ist hier nicht. Und mehr holen. Oh. Oh, jetzt bin ich... Jetzt... Ich war zu... Ey! Ey! Du musst dich schon selbst retten. Oh! So, ich bleib hier. Jetzt verstecken wir uns alle mal. Ich bin... Ich bin... Schnuppergas, Bösewicht. Der pups der mir ins Gesicht. Falsche Richtung. Und... Boom! Ja, das sieht gut aus. Ah, das find ich aber... Ich glaub, das wird mächtig stressig. Also, ich denke, an sich wird das ganz cool, aber alles zu finden wird halt stressig. Warte mal, da gehen wir mal hoch. Oh, jetzt hab ich aber ganz knapp bemessen hier. Kommst du? Kommen Sie, Sir. Nein! Na! Bibi, 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 bibi. Jetzt aber. Gib gourmet. Oh, oh. Ich glaub nicht, dass so gemusst ist. Ne, sie... Ja, hab ich mich verkalkuliert, aber da oben. Aber da oben. Ah, lass. Stell dir Sachen. Yeshe! Oh, da ist die Blume. Eine Blomme. Unsere erste. Okay, dann passt es. Sieht nicht so aus. Puff. Ich hab's schon wieder getan. Ey, warte auf mich. Ich möchte einen Vogel. Du hast einen Vogel. Warte mal. Hier? Ne, ist nichts. Manchmal haben wir ja so. Ich hab jetzt auch gedacht, dass es irgendwas ist, aber... Das sieht so verdächtig aus. Warte mal. Ich hau da hier mal so ein Ding hin. Ne. Okay, komm, schnell hoch. Oh, danke für den Sprung. Wie du es noch da hoch geschafft hast. Ja, aber will ich ja gar nicht. Skandalös. Ich will hier den... Oh! Mit seinen eigenen Kindern vernichtet. So ein süßes Spiel. Guck mal, wie ich hier umhänge. Oh! Das ist mir runtergefallen. Komm! Bam! Oh, da bist du aber ganz knapp, ne? Ja, ich wollte... Oh, schau mal. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist aber... Oh! Okay. Oh, ich dachte jetzt, dass ich dich... Ja, dass du mich abpflanzt. Warte, warte mal. Da oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will hier nochmal so hoch gucken, ob hier was ist. Nee, dann können wir ja direkt zum Rohr. Und rein da. Oh mein Gott, der hätte ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber bis jetzt ist der Level eigentlich ganz angenehm. Was ist hier los? Was ist hier los? Okay, dann mach ich mich her. Haust du? Nee, warte, ich hau hoch. Äh. Oh, stimmt. Man kriegt ja noch... Äh, 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 äh. Knalli, meck. Knalli, knalli, knalli. Sollen wir da runterfallen? Ich denke nicht. Oder wieder durch die Röhre? Dann wieder durch die Röhre. Ja, alles andere wäre... Dangerous. Hotdog, Yoshi. Komm. Ein heißer Mund. Äh, ja, ja, nicht ganz gerade, aber... Obwohl, war ja voll im Flow, ne? Warte, den zähne ich dich. Zähne ich dir? Poff, poff. Uuuh. Stirb. Oh, 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 da ist... Ey, da ist was... Jetzt haben wir ganz viel, ganz viel Health. Kann ich da trotzdem durchhauen jetzt? Ich weiß nicht. Oh ja, aber das macht ihm nicht viel. Äh, warte, 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 warte. Äh, 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 äh... Weil ich mich als Dings benutzen? Oh, 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 oh. Wie, du meinst so? Ja, mich dann schmeißen. Oh, ja, deshalb bist du der Kopf in der Familie, ne? Das ist, äh... Ich ruf ja nicht hoch. So, komm, du kannst, ne, du kannst hier auch so dissen und so machen. Sei mal nicht so passiv. Oh, warte, warte, ich... Ich bin passiv. Oh, komm her! Oh, gut gespielt, schön gut gespielt. So, ist hier links noch was in der Ecke? Da hätte ich was hingehauen? Ne. Nope. Bam! Ich wollte eben gerade da hoch springen. Oh, da ist schon mal so eine Kugel. Ich guck mal trotzdem, was hier noch kommt. Hier ist doch ganz... Hier ist doch... Siehst du das? Na? Ah, ich hab's geahnt. Ah, ein bisschen helft. Da, hol dir's. Oh, nein! Wie doof das gerade war. Komm runter! Komm runter! Komm runter! Oder bleib oben! Bleib oben! Bleib oben! So. Und jetzt müsstest du auch langsam, ne? Ne. Na, fast. Jetzt ist das andere Ding auch weg, was wir hatten. Wollte mal. Ich guck mal hier mich unten um. Ne. Macht nicht den Eindruck. Oh. Dass das gepasst hat, habe ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Komm, bewegt dich. Ich dachte, du nimmst mich, schlupf mich und... Ja, schlupf mich um. Ja, schlupf mich um. Ja, denn dann rät doch mit mir. Oh, welche Richtung. Warte, warte. Dann mache ich den hier auch. Kann ich nach unten spucken? Warte mal. Ja, kannst du mit mir nicht genauso zielen? Ich mache erst mal so. Und dann so. Hier, hol dir doch gleich Küken. Nö. Wow. So, und da müssen wir von unten. Ja. Kommt der hier lang? Ne. Oh. Oh, ganz viel. Ganz viel Glitzer. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Oh, da hast du was gefunden. Warte, 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 warte. Ich bin auch da. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Die muss man wahrscheinlich nicht alle töten. Oh Gott, jetzt dachte ich grad, ich ferre du. auch kommen ja eigentlich könnte man doch so und dann kann man ja durch schiebt mich hier nicht weg an ja manchmal du bist doch gesprungen jetzt scheiße nein aha so ging es folgt der scheiß was ist denn jetzt da brauche ich dich ich hasse dich oh mein gott ja warte das kriegt man hier mit hin aber ich habe es falsch falsch gedreht aber warte der würde nämlich hier auch so und dann genau sie ist ja nicht gar nicht umbringen brauchen aber was geschehen ist es geschehen ja ja auslösen ja das war nicht so nichts nicht so wie erhofft ich komme den mann kippen ok das nicht durch das nicht durch das nicht durch den arzt ja ich hab dich durch gelassen da oben müssten wir einmal hin scheibenkleister er geht doch mal einen schritt so wie du gerade so richtig fett warst hoch oder ja wir gehen mal hoch gehen in die luft da ist ein gedöhnt aber wir schauen uns das erst mal an hier oben kann man die dings ja aber macht das mal erst jetzt ich mache noch mal ein dings nach zur sicherheit fliegen fliegen das ist der vierte runter hier runter hier runter hier runter ich hole die mal schnell hier du hättest mir natürlich im boden noch machen können ja perfekt gepasst ich würde sagen was willst du denn das ist wirklich die ist einmal so apathisch ich gucke was du machst und dann gucke ich was ich machen das kluge nimmst du zurück oh gott warte 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 ich will den schlopfen warte warte ich will den schlopfen warte warte ich will den schlopfen oh ja das war auch du musst du musst jetzt war doch nur kurz doch das war eigentlich Warte mal, haben wir alles? Ja. Ja, sehr schön. Komm! Blume! Bin ich überhaupt durch? Oh, du springst ja total random. Das war total geplant. Du hast auch gesehen, wie ich extra das Teil nenne. Ich bin mit Absicht nicht durchgesprungen, damit ich dann zack. Ja, genau. Ja, ja, das ist so. Jetzt kommt wieder das fiese Random-Spiel. Das ist wie bei Mario Bros. 3, wo du am Ende bei der Kiste mal unten längs gegenspringen musst, um einen Stern zu kriegen. Mit Highspeed natürlich, sonst kriegst du eine Blume. Ist so, ist wirklich so. Du kommst gleich ein Pfeilchen, ja. Was? Ja. Dann bist du gerade weg, dann kommt da eine Melone. Ja, das dachte ich mir auch so. Na, hol das doch. Ja, ich wollte nicht runterfallen. So wie jetzt zum Beispiel. Ah, meins, 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 meins. Oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Na, ich hab gewonnen. Hast du das gesehen? Aber auch nur ein paar Früchte mehr als ich. Einmal Küken werfen ist gleich ein wenig schlechtes Gewissen. Jetzt haben wir bestimmt so so ein Vogel-Yoshi. Ein Vogel-Yoshi? Mhm. Ein Foschi. Na, mal gucken. Hier auch so mit so einer blauen Hose, ne? Guck mal ganz rechts, der Typ. Gratis, ja. In der nächsten Runde können wir also einen Trick anstecken. Hallo. Na komm. Na, der sieht wirklich von den Farben. Sag ich doch. Ein Flauschvogel-Yoshi. Nimmst du den? Nein. Ich bleib bei meiner Kuh. Oh, das ist echt schwer. Es gibt einen Hot-Tog-Yoshi und oder einen Flauschvogel-Yoshi. Oh Gott. Ich kann mich nicht entscheiden. Ähm, ich nehm den Flauschvogel-Yoshi. Guck mal. Die Gamnage. Jetzt bin ich ein Flauschvogel-Yoshi. Gott, was sind das? Verrückte Fledermäuse oder was? Nein, das sind Flugratten. Ne, das... Labyrinth der Vollpfosten. Also Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann... Like, teilen, kommentieren. Kommentieren, abonnieren. Und abonnieren. Ja. Genau. Und in der nächsten Folge gibt's dann Labyrinth voller Vollpfosten. Tschüss. Tschüss. Was ist das? Das weiß niemand. Hä, was steht da? Halt voll die Hibse-Mütze auf, oder? Mieschen-Bobo. Ja, du weißt doch gar nicht, ob das hier ein Deutscher ist. Bester Buddy oder so? Keine Ahnung. Ich habe einen Büro. Halt voll die Hibse-Mütze-Mütze-Mütze-Mütze-Mütze-Mütze. Ja. Vielen Dank.